So, das Baby ist schon mal meins. Das wird mir schon mal niemand stehlen. Jetzt bin ich nur noch gespannt, was das Viech so drauf hat. So, nicht mehr als so ein anderes Hippo. Die machen ja immer diese komischen Attacken da. Na komm, stirb. Sehr schön. Was gibt's da? Was gibt's für Papi? Ich spüre Kette. Ja, Kette ist außerdem sehr richtig. Die Zier-Außenhaut ist Drachenschuppen sehr ähnlich. Ist ja sehr schön, aber nichts, was ich gebrauchen könnte. Na egal. Ramob ist Ramob, aber bei dem beschwere ich mich am wenigsten. Wo sind hier die noch mehr? Ich sehe vorne welche zwei Stück, aber ich glaube nicht, dass das reicht. Ich meine, die droppen ja so langsam irgendwas, was ich brauche. Also dann muss ich mal hoffen, dass da... Jawohl, genau das meinte ich. Dass da ein bisschen schneller was kommt. Na, komm. Blitzbeutel. Ah, fuck. Zu früh gefreut, aber komm. Der hier. Der wird mir das geben, was ich brauche. Auch nicht. Goddammit. Aber der. Ich spüre es. I can feel it. Ja, richtig gefielt, Alter. Das war... I can feel it, man. Jetzt muss ich hier nur noch schnell raus. Mal gucken, ob es eine Folgequest gibt. Das ist eine Sache, wo ich sehr gespannt bin. Das ist ja eine gute Frage, weil... Nur eine Quest. Und dann auch nur so eine Lahme, die ein bisschen lange dauert, bis man dieses Ganze zusammenge... Zusammengekriegt hat. Na, mal schauen wir mal. So. Schönen guten Tag. Hin fort, hin fort. Ach. Du kleiner Asi. Wirklich nur ein? Äh, warte mal. Ich warte mal. Ah, ja, ja. Ich bin der Babbo. Ich kann ihn haben. Aber, aber, aber ich krieg ihn nicht. Dann gib ihn doch her. Dann geh mal schön Panzer bauen. Oh, warte, warte. Ah, das hat sich gelohnt zu warten. Es hat sich gelohnt zu warten, meine lieben Freunde. Also hier wäre ich... Sehr schön. Hä, wäre ich jetzt weggegangen, hätte ich, äh, meinen Rekrut hier, einen kleinen Rekrut vergessen, der mir in der Schlacht helfen wird. Das ist doch schön. Das ist doch super nice. Gut, dass ich da noch gewartet habe. So, was kann ich für dich tun, mein Freund? Sammelt sechs Streunerball, Blut, sechs Löwenmau und ein Flusshüpferauge. Komische Sachen, aber wir werden dir diesen Gefallen erwidern. Ist ja viel nur Sammeln und Töten. Das sollten wir gerade noch so hinbekommen. Vor allen Dingen, wenn es hier so viele von den Teilen gibt. Ich hoffe, die Minimis ziehen auch. Das würde mich freuen. Ja, ein Blut gibt's schon mal. Oh, und ein Ra-Mob. Und ein Ra-Mob. Und da das hier Katzen sind, würde es gar nicht... Also, ist das schon sinnvoll, oder... Ist es sehr logisch, dass es sein könnte, dass die Katzen was für mich droppen? Nein! Nein! Ich muss schneller sein. Ich kriege vielleicht nicht die Erfahrungspunkte für den, aber da ich ihn angegriffen habe, den Loot sollte ich noch für ihn bekommen. Oder einkassieren. So, das erste Mal, dass sich Horde und Allianz mal in dieser Sache zusammentun, um gemeinsam diesen Feind zu bekämpfen. Keine Sorge, ich helfe dir. Das ist einer meiner leichtesten Übungen. Ja! Nein! Es hat was wirklich für mich gedroppt. Ja, aber... Oh! Aber die Kralle sieht gar nicht so schlecht aus. Ich erinnere mich mal, dass es so eine gab in einer Dungeon-Form. Das ist eine gute Kralle. Die würde ich zum Beispiel behalten fürs... Warte, den packe ich hier da rein. Da wird's mir langsam viel zu voll vom Inventar her. Das Ding ist gar nicht mal so schlecht. Ich bin zwar kein Faustkämpfer, aber... Behalten kann man das schon. Oder ich verkaufe's einfach. Ist egal. Also, da hab ich schon mich gerade selber ein bisschen... ...selber widersprochen. Ich benutze ja nie Faustwaffen. Das wär... Wenn ich einen Schaman hätte, der Faustwaffen benutzt, das wäre vielleicht mal eine andere Sache. Aber ansonsten... Nee, lassen wir das mal. Gut. Ich brauch noch einen von denen. Fünf Blut- und ein Flusshüpferauge. Wo bringe ich denn so ein Flusshüpfer? Oh, hier sind viele. Hier sind sehr, sehr viele. Hier werde ich alles poolen. Sorry, wir haben kurz zusammengekämpft. Aber jetzt hier jeder für sich wieder. Bei Quest bin ich... ...hantiere ich anders. Ach, da kommen noch mehr. Super. Warte, das überlebe ich noch. Das ist kein Problem für mich. Hab schon Schlimmeres bewerkstelligt. Also wenn das nicht mindestens drei Blut gibt, dann weiß ich auch nicht. Jawohl. Drei Blut. So wollte ich das doch haben. Nicht mehr, nicht weniger. Es macht von daher immer Sinn, diese einzelnen Quests zu machen, weil ich irgendwie die Befürchtung habe, man kann Leute rekrutieren. Also ich meine so wie gerade eben, dass ich da halt mal was mache und da als Belohnung... Oh, nee. Noch eine Quest. Ihr wollt mich doch fucking verarschen. Ich will einfach nur meine Hauptmission machen. Und ich werde hier die ganze Zeit mit Mini-Quests aufgehalten. Finde ich nicht cool, aber... Werde ich akzeptieren. Ich hab ja versprochen, wir werden alles machen, was uns in den Weg kommt. Außer die Ausnahmen mit Katka, wie gesagt. Das war eine Ausnahme. Aber wir machen das einfach. Das ist kein Problem. Hab schon Schlimmer. Solange die Quest einigermaßen interessant ist. Sehr gut. Das ist schon mal das Wichtige. Das haben wir... Ich brauch noch Blut. Und... Ach, ich brauch nur noch Blut. Alles andere habe ich schon. Sehr gut. Da sehe ich jemanden schlafen. Ich hoffe, ich kann mich dahin teleportieren. Oder ich sehe das Ziel nicht. Ah, nein, nein, nein. Für einen Schurken. Ha. Einer meiner leichtesten Übungen. So, jetzt gib mal das Blut her. Hab aus Versehen, was falsch aktiviert. Was ich nicht aktivieren wollte. Schön schlafi, schlafi machen. Das wird ein sehr schnelles Ende für dich. Na, jetzt kommt schon. Droppt. Droppt mal, was ich brauche. Hier, Streunerblut. Ach, Mann. Ich brauche noch mehr. Ich brauche mehr. I need more. Ah, da ist jemand. Du bist mein Versuchskanit. Sehr schön. So, jetzt gib das Blut her. Ja. Und wir sind alle glücklich. Wen soll ich das abgeben? Wieder ihm, ne? Sehr gut. Vielleicht kann ich ihn dann rekrutieren. Ich brauche mehr Rekruten in meiner Garnision. Weil ich kriege so viel. Ich kriege mehr Missionen, als dass ich, äh, Personen habe. Was? Was? Also, äh, kann ich dich jetzt rekrutieren? Also, ich warte jetzt hier mal eben ganz kurz paar Sekunden. Letztes Mal wäre ich einfach wieder weggeritten. Hätte ich, äh, ja, hätte ich, äh, einen Rekruten verpasst. Es ist zwecklos. Tja. Da kann ich, äh, Ich hab mein Bestes gegeben meinem Freund, aber das Beste war wohl nicht drin. So, ich warte mal ein bisschen, bis er wieder in seine Position geht. Oder geht er jetzt einfach weg? Nicht dein Ernst. So, geht's jetzt einfach so weg? So. Meine Freundin ist tot. Ich hau ab. Du, 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 du. Ja, okay. Nein. Mir sollst recht sein. Ist nicht meine Freundin, die da gerade auf dem Boden, das, den, den Boden küsst. Na gut. Das war die eine Quest. Wie sieht's hier aus? Hier hab ich ja auch schon gesehen. Da braucht jemand wieder meine Hilfe. Was ist es? Bringt ihr neue Streife. Besieg, Verteidiger, Dalu. Och. Das ist ja, das ist ja ziemlich awesome. Das ist, das ist gut. So, kämpfe mal meine Freunde. Es gibt nur eine Möglichkeit, wie ihr mir euren Wert beweisen könnt. Freilich in den Kampf. Ja gut. Ein Nachteil bei mir. Ich kann mich nicht teleportieren. Also besser gesagt in Verstohlenheit gehen. Weil das direkt losgeht. Na komm. Das sind zweimal, äh, Kämpfen. Oh. Ich hatte mich Eisgut gestern. Ach du Scheiße. Damage macht ihr aber schon. Nein. Das ist denied, mein Freund. Das ist richtig denied. Ach. Ich hab ihn besiegt. Ich hab mich euch bewiesen. Ach so. Das hat doch funktioniert. An der Klasse. So, ich vermute mal, da das hier Magian ist, sehr schnell auf Tritts und so gehen. Ich könnte auch sowas gebrauchen. Oh, das krieg ich voll in die Fresse. Das krieg ich in die Fresse. Ja. Sie. So, dagegen nehm ich dann das hier. Ne, das ist denied. Ah, das krieg ich noch hin. Ihr seid nicht würdig. Hm. Ja, wie wär's mit Nierenhieb. Ah, sehr schön. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Das war mal ein schöner, guter Test. Und das war eine ziemlich schnelle Quest. Ach, der wahre Weg. Ach cool, ich kann sie rekrutieren. Die ist blau. Ja, ich nehm dich gerne. Blaue Leute nehm ich gerne in meine, in meine Gilde auf. Äh, in meine, oder besser gesagt, in meine Garnision. Das, äh, da nehm ich euch gerne mit. Hat mir außerdem ne kleine Abkürzung freigeschaltet, wo ich hier schneller dahin komme, wo ich hin wollte. War also von daher nicht so gerade dämlich, das zu machen. Vor allen Dingen, wir haben zwei Rekruten in dieser Sache bekommen. Einen Roboter. Zugleich. Roboter sind immer gut. Die braucht man immer. Das sind Killerbestien. Und ein Rahmob. Oh. Wer ist es diesmal? Wer darf sterben? Meine Klinge hat Durst. Oh. Geil so mal. Der ist richtig geil so, man. Hä. 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 Okay. Ich muss ja aufpassen, wie ich das hier mache. Hier, er, er ist ziemlich von vielen, vielen Leuten umgeben. Und da ich, äh, ein schlauer Mensch bin, müssen wir natürlich abwarten, wo wir ne gute Chance bekommen, da... Ja. Ich glaub nicht. Ja, ja, warte. Das Hündchen soll mal vorbeigehen. Und zack. Das ist meine beste Chance, jetzt irgendwas zu machen. Was Besseres krieg ich nicht. So, das wird unterbrochen. Oh, nein. Das ist natürlich, äh, damit... Das hab ich nicht kommen gesehen. Scheiße, betäubt. Okay, aber auch nicht lang genug. Da hat er mich auch grad in den... In den Mangel genommen. Ach, das schaff ich schon. Da kommst du nicht mehr lebend raus, mein Freundchen. Das war's für dich. Gut, und da kann ich sofort so weg. Perfekto. Was hab ich bekommen? Belauscht die Kommandanten der brennenden Legion. Okay, also ein Spielzeug, kurz gesagt. Wir müssen Karabu mit allen Mitteln zurückerlangen. Drängt vorwärts. Das ist die Verräterin. Das ist die, die in Eichedun uns herausgefordert hat und uns beinahe umgebracht hätte. Die kleine Slut ist also auch hier. Wir gehen euch zur Seite, Exarch. An mir kommt kein Dämon von euch. Stellung halten. 15 Dämonen. Dann gibt es keinen Weg zurück. Ich hoffe, ihr habt recht. Die Toten werden unruhig. Etwas wahrhaft Dunkles ist im Verzweif. What the fuck? Wie viele Quests sind die überhaupt? Das ist ja die Mega-Quest-Reihe, oder was soll das sein? Ich weiß, dass da Archidum ist. Dieses fette, große Kuppel, die im alten Scherbenwelt, also sprich, ja, in der Scherbenwelt, halt ganz zerstört war. Vielleicht erfahren wir warum. Könnte auch eine Möglichkeit sein. Jo, meine Fresse. Das ist aber echt viel Quest. Das ist... Möge das Licht euch segnen. Mhm. Die, die guten Mutes sind, werden stets triumphiert. Mhm. Ist das Harad? Nein, das ist jemand anderes. Horat, der Amus. Horat, der Amus. Apfelmus. Mag ich auch. Na gut, äh... Hier muss irgendwie eine Quest zum Abgeben sein, ne? Ich sehe aber nichts. Hier ist alles tot. Ach, das ist unten. Sehr schön. Na okay, damit hat sich die Frage dann erledigt. Legen wir mal einen Sprint rein, das sollte dann schneller gehen. Mhm. Angegeben. Wir müssen die Verwundeten beschützen. Grüße. So. Wie kann ich helfen? Die Verteidigung hält stand. Wir sind die Beschützer auch in Dunst. Ich bringe die Verwundeten in Sicherheit. Gebt uns Deckung. Gebt uns Deckung. Du bist ja süß. Was glaubst du, wer ich bin? Chuck Norris, der alles einfach alles kann? Du hast recht. Ich kann wirklich alles. Unsichtbar machen, teleportieren. Boah, ich bin so ein... Ich bin so eine... Ich bin... Ich bin das Schweizer Messer, ey. Also man kann mich für alles verwenden. Ich höre. Bringt ihre Neuigkeiten. Wenn nicht... Wenn nicht sogar mehr. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Oh. Schie. Dann müssen wir mal hier aushelfen, ne? Das ist... Klar wie Kloßbühe. Meine Frage nur. Meine Frage. Muss... Ach, alles klar. Damit hat sich erledigt. Wen ich alles töten muss, damit das hier endlich mal aufhört. Und ich kämp' mich da wie so ein Verrückter und hab... Musste nur feststellen, hier sind so welche Lutschers, die das ganze Portal aufrechterhalten. Ja. Ihr habt das Portal aufrechterhalten. Boah, da kommt da immer noch mehr raus. Da kommt immer noch mehr raus. Ne, darauf... Dann hab ich keinen Bock drauf. Ganz ehrlich, wenn da jetzt immer... Ne. Ne. Das ist mir zu blöd. Viel Spaß. Ich wollte einfach mal... Ich wollte einfach nur ein, äh... Hilfsbereiter Schurke sein, aber... Wenn das eine unendliche Schlacht ist, die man nicht gewinnen kann, dann... Ne. Dann hab ich auch keinen Bock drauf. Ach, da ist jemand tot. Na gut. Was kann ich für dich tun, mein lieber Freund? Geht den Ritual im Grab der Seen auf den Grund. Geht euch vor. Gebt immerhin gute Schuhe. Das ist dann natürlich etwas, was ich dann machen werde. Alles klar, mein Freund. Oh. Targa, vernichtet den Eindringling. Diese Seelen gehören fast mir. Ja, hast du schlecht gedacht, mein Freundchen. Ich hab hier einfach deine ganzen Sklaven einfach, ähm... Übergang. Was macht der da mit mir? Das sah... Das sah nach einem Tänzchen aus. Also, wenn du mit mir tanzen willst, dann können wir auch zuletzt Dance gehen, ne. Das ist da... Kein Problem. Aber du bist tot. Also wird's kein Tänzchen mehr mit uns geben. Also wird's kein Tänzchen mehr mit uns geben.